Ich bin der CSI sehr dankbar, dass dieses Seminar DyeWork hier in Konstanz durchgeführt wurde. So hatten wir Schweizer auch Gelegenheit, hier an diesem wichtigen Projekt teilzunehmen. DyeWork ist wegweisend. Ich möchte daran erinnern, dass in den E-Government-Projekten, die wurden vielfach an der Bevölkerung und der Verwaltung vorbei entwickelt und DyeWork in der Zwischenzeit hat ein Niveau erreicht und die Digitalisierung, dass es wichtig ist, dass wir hier an diesem Projekt teilhaben können. In der Schweiz ist es sowieso schwierig, in dieser föderalen Struktur solche Projekte dann durchzuführen. Vielfach wird sie lebst der Bevölkerung und der Verwaltung vorbei entwickelt und es wird viel zu wenig investiert in die Ausbildung der Mitarbeitenden, der öffentlichen Verwaltung und für die Kommunikation mit der Bevölkerung. Gerade das ist im Zentrum der CSI und ich möchte mich dafür herzlich bedanken.